Oh, shit. Runter. Oh, was? Scheiße, was jetzt? Magnum. Oh, eine verdammte Horde. Nein, das ist keine Horde. Was zur Hölle ist es dann? Ripper. Los, weg hier. Weg hier. Sie übernehmen sich aber wie eine Horde. Krasser Scheiße, ey. We are lost. Oh, ein bisschen was sonnen hier. Weil hier schon so viel findet, ne? Ich gucke mal. Ist leider alles schon voll. Was meinst du? Nehmen wir die Tür? Shit, geht nicht auf. Oh, Magic. Warte, warte langsam. Du weißt nicht, was da drin ist. Magic Fuß. Kommt man da rein? Um diese Zeit ist da nichts los. Keine Sorge. Hab ihn nicht gesehen. Es ging alles so schnell. So viel dazu. Hä? Sollt hier nicht noch was sein? Da oben. Verwirr mich nicht so. Ach, der Container nur. Ja, das kann passieren. Sieht so aus. Hey, Dick. Du hast was gut. Ernsthaft. Ach, lass gut sein. Lass uns einfach die Sprengschnur besorgen und dann nichts wie raus hier. Alles klar, Bruder. Hier, hilf mir. Hierdurch kommen wir rein. Nein, ich weiß nicht, Mann. Komm schon. Gut. Gehen wir immer noch rein? Haben wir eine Wahl? Bereit? Zieh! Na, sowas. Ist schon okay. Geh außenrum. Ich öffne die Seitentier irgendwie von hier. Ja, wir werden. Dick? Dick! Dick! Oh, Scheiße. Nein! 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 Ich glaube, es ist ein Medikid. Okay, dahinten rennt einer rum. Ja, verdammt! Ich bin in den Arsch. Na, komm schon. Na, das kann ja was werden. Nein! Das kann ja was werden. Aber hier in mir war. Was hiervon? Das ist damit! Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Ich bin mir das, in mir war. Was ist das? Wie ist es? Oh, eine Ahnung. Das kann ich mir aus. Das ist doch wichtig. Noch mehr? Ich stecke in einem Lager mit einem Haufen durchgeknallter Krabbler. Was glaubst du, was los ist hier? Ging ja noch ganz gut. Das war's. So, hier, die Tür ist auf. Scheiße. Bist du okay? Ja, ist doch nur ein kleiner Krabbler, nicht wahr? Komm schon, ja, suchen wir einfach die Sprengschnüre. Was meinst du? Das Büro ist da oben. Da müssten sie sein. Na toll. Wie sollen wir denn da hoch? Komm, ich helfe dir da rauf. Warte, warte. Ich soll als Erster gehen, falls da oben jemand ist? Ganz genau. Jetzt mach schon. Ja, okay. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, hoch! Oh mein Gott! Okay, ich bin oben. Einen Moment. Wir brauchen was zum Hochklettern. Hier. Als ob er da nicht hochkommen würde, ey. Okay. 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 Ach, ich bin der Typ mit dem Messer. Ja, ich kann das nur aufbrechen. Ist klar. Alles klar. Die Skizel-Missionen sind tatsächlich am interessantesten, so, finde ich. Das hier muss es sein. Bingo. Hier, halt mal auf, ich nehme es. Warum soll ich es nicht? Ach, du traust mir immer noch nicht. Wie die Dinge liegen, doch, komm, lass uns verschwinden. Skizel-Räucher, ich wollte mich noch bedanken. Nein, nein. Dafür, dass du mitgekommen bist und mir hilfst. Himmel, du... Nein, im Ernst, ich meine, wir waren nicht gerade willkommen in Lost Lake. Okay. Lass gut sein. Okay. Okay, Skizel, wenn wir wieder im Camp sind, warum lässt du nicht? Was soll das? Sorry, Bruder. Ich hatte keine Wahl. Also doch ein Fall. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Oh. Scheiße. Und ich glaube, wer ich bin. Okay. Ich habe gedacht, Ripper haben keinen Namen. Wir sind auf dem Weg. Meine Anhänger. Meine Anhänger haben ihre Namen alle aufgegeben. Aber ich nicht. Noch nicht. Aha. Carlos. Jesse? Jesse, was soll das? Oh ja, ich weiß noch, ich schrie. Ist okay. Ich weiß auch noch, dass ich damals etwas gelernt habe. Etwas Wichtiges. Einfach alles von dir. Wirklich alles, was dich selbst ausmacht. Oh, man kann es verbrennen. Bis nichts mehr übrig ist außer deinem Namen. Und so sind die Freaks, weißt du? Ich weiß es jetzt auch. Und darum müssen wir genau wie sie sein. Okay. Ziehen wir das durch, oder willst du mich totquatschen? Hat der Kerl. Wir ziehen das hier durch. Deacon St. John. Aber wir machen das doch nicht allein, oder? Oh ja, wir! Wir machen das doch wohl nicht ohne Bruiser, oder? Wir müssen es gemeinsam beenden, wir alle drei. Oh ja. Oh ja. Eins weg. Und was? Vielleicht noch ein Dutzend? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Eins weg. Und was? Vielleicht noch ein Dutzend? Vielleicht mehr? Du, ich, Bruiser, am Leben. Und wir treffen uns hier. Am Ende der Welt. Was zur Hölle hast du mit Bruiser gemacht? Oh. Er ist noch nicht hier. Aber er kommt. Schon bald. Scheiße, ey. Oh. Das ist sie. Du bist es. Ich sah, wie sie dich herbrachten. Wie hieß sie nochmal? Luisa. Nein. So heiß ich nicht. Ich bin auf dem Weg. Ich hab keinen Namen mehr. Niemand hier. Alle, die mir je wichtig waren, sind tot. Luisa, hör mir zu. Weißt du, warum wir wie sie sein wollen? Wie die Freaks? Nein. Weil sie sich nicht erinnern, was sie verloren haben. Wen sie verloren haben. Scheiße, ey. Ich behielt meinen Namen. Im Comedy Ripper Tempel. Okay. Scheiße. Luisa. Luisa. Schließ dich uns an. Sein Teil des eigenen Geistes. Schließ dich. Oder wir befreien dich. Wenn sie mich sehen, dann weissen sie die ganze Bude hier ein. Oh nein. Was ist sie da noch beim Sersen, da. Ja, ja. Da, es wird dich befreien. Geist klar. Sicher. Ja, da, es wird dich befreien. Das wird dich befreien. Ja. 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 Okay, können wir da raus? Fest verweigert. Das Gefäß, jeder schlägt, wird sich befreien. Spüre ihn. Der Schmutz. Leuter deine Sicht. Ihr Herr, leuter deine Sicht. Spüre es. Warte, warte. Scheiße. Ich war noch unten. Oh, mein Bike steht draußen. Sehr gut. Das ging gut. Feuer, wo zum Teufel ist das Feuer. Das ist ein Feuer, das kann man doch nicht verfehlen. Wir sind ein Geist. Are you alright? Da ist zu, also groß sind meine Sachen. Da drin. Hier irgendwo? Wo finde ich denn eine Ausrüstung? Ja, ja, links. Hier oben gibt es nichts. Da ist es egal, muss es sein. Bingo. Oh, wo ist sie jetzt? Wie soll ich noch hier rauskommen? Unten? Hahaha. 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 Das nehme ich. Der Arm sieht echt nicht gut aus. Ich habe mal eine Frage. Was soll das Ganze? Ihr holt euch Leute hierher, macht sie irre, stehlt ihr Zeug. Und dann was? Nehmt alles und werft in das Feuer da draußen, ja? Scheiße, Mann. Oh, hallo. Ja. Ich habe noch eine Frage. Meine Kutte. Was? Meine Kutte, meine Lederjacke, meine Scheißjacke, wer hat sie? Weiß nicht. Okay. Halt, halt, halt. Er ist weg. Hat es genommen und ist einfach weg. Komm zu uns. Genau. Okay. Mal sehen. So, jetzt steht es besser. Jetzt können wir uns vielleicht wieder Vorräte holen. Die sind frisch. Die sind frisch. Der vídeo ... Dann... ... ... Keine Munition mehr Na sowas Scheißen Dreck Und da vielleicht Und da vielleicht Hier rein Da ist er Ja 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 Scheiße Es wäre perfekt gewesen Okay Mal sehen Was ist hier los Hier Erst vor kurzem hier weg Die sind frisch Nein Ich kann Ja Hier ist jemand. So, perfekt. Ich muss ja nur gucken, wie wir... Hey. Tu mir einen Gefallen. Zieh das Ding aus. Wir tilgen deine Seele. Hahaha. Danke. Steig hin, Arschloch. So, jetzt ist es wieder komplett. Kommen wir vom Gelände. Hier ist jemand. Wie entkommen wir denn am besten vom Geländer? Wahrscheinlich über den Ausgang, ne? Rette Lisa voll den Rippern. Was? Was war das? Ah, die Verirrten. Ah, wir sammeln uns zum Erwaschen. Der Gründer bringt alles in Worte. Hier! Hier! Scheiße. Er hätte sich über die Kamera so geschwenkt. Jetzt hätten wir das geschafft, ey. Jetzt hätten wir das geschafft, ey. Was? Du wirst nie eingefunden. Nein! 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 Die dumme Lisa, ey! Meiden Sie die Straßen. Immer der ultimative Tipp. Munition. Okay. Scheiße. Das heißt Bossfalt oder was? Das heißt Bossfalt. Die Ripper-Booser. Sie kommen. Du musst Iron Mike warnen. Okay, doch kein Bossfalt. Ich dachte, wir müssen jetzt gegen Carlos kämpfen oder so. Ach, scheiße. Hier kommen wir nicht her. Wir müssen auf die Hauptstraße. Andere Möglichkeit haben wir nicht. Das ist doch ein Bike. Dich. 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 Was ist das?